So, du weißt schon wie. Du sollst lieb sein. Auch wenn du keine Ahnung hast, wie das geht. Du schaffst. Immer wieder kriegst du mich rum. Wenn sie klagen, wird niemand ihnen glauben. Wenn nicht, glaubt ihnen ihre Frau nicht. Und sie werden ihnen todsicher die nächsten drei Jahre zur absoluten Hölle machen, denn so lange dauert es nämlich, bis es zur Verhandlung kommt. Und der ganze Spaß kostet sie 100.000 Dollar. Anfangs schon. Aber er hat mir erklärt, dass ich mir das alles sonst wo reinstecken kann. Und dann haben sie Druck gemacht. Er war's. Ich weiß das. Er ist darauf aus, sie ins Gebüsch zu zerren. Und zu zwingen, sich auszuziehen. Sie zu schlagen und zuzuschauen, wie ihm das Blut runterläuft. Ich kenne diesen Art, Mann. Der kleine Mann. Der kleine Mann voller Angst. Und den musst du dir vornehmen, gleich wenn du ihn erwischt hast. Direkt nach der Tat. Wenn er noch schwitzt. Haben sie von Rosbach geschlagen? Ja. Einmal. Nichtsum. Ich kenne den Haute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017